Oh, wir können wieder für was stimmen. Okay. Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Witch It. So. Ich würde den mal abwechselnd machen. Also einmal Jäger, einmal so, sonst... Ja, ich würde sagen, ein paar mehr Jäger wie Hexen, weil die Hexen haben es definitiv einfach eigentlich. Ja gut, dann machen wir ein paar mehr. Das sind immer schon drei Jäger. Ja, passt jetzt, aber... Soll ich Jäger? Du noch Hexen, dann ist es auch nicht. Okay, drei, drei. Ja. Genau. Und immer abwechselnd, zu was man war. Kann man fliegen? Andere hat man keine Hexen. Warum gibt es zu, Anni? Sie ist eine Hexen, wie ein Fettkopf. Haben wir sich wieder zurückgewandelt? Bam, 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 bam. In mehr Raum klingt, wenn wir nichts fliegen. Oh, ich habe was gehört hier vorne, Leute. Ich habe was gehört hier vorne. Gehört? Gehört. Oh, man hört was. Da! Ey, ein Streiter! Da, da bist doch alle! Die ist ins Haus, sieh rein! Ich bin zu fett. Ja. Wer ist das? Safe. Ha! Wer ist das? Ein Bild, Leute! Ah! uma. Ha. You're dead, bitch. Haben wir so was gemacht. Ja ich hatte den Scheiß Versteck einfach, ich kam nicht so schnell dazu. Simon, hast du den Scheiß echt überlebt? Waaat? Ich bin einfach jemanden stehen geblieben. Ich weiß. umso dreister umso besser wie geil dass die das nicht gecheckt haben ja Simon da wollte ich irgendwo auch mal hinkommen aber die Bibliothek ist aber echt eklig als Jäger wo bist du du Spaß ich bin ganz nah dran es ist dein fucking ernst ich habe keinen ich kann nicht so schnell hier machen ja du hast halt nur so eine begrenzte Anze boah es ist euer fucking ernst ich komme nicht durch ich kann dich nicht treffen ich weiß aber was du bist aber er bewegt sich doch da 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 du blöde Sade ich glaube hier so rum muss ich auch rausgehen Leute ich bin ja schon draußen gerade mein Huhn ist weggeflogen ja das haben die so an sich naja also es ist so weggeflogen Ampolin gesprungen ich kann fliegen zeig nochmal mal rein pieps mal rein pieps mal rein pieps mal rein pieps ich schweb die ganze Zeit ich kann nicht weiter piepen ich hab die okay dann warst du draußen irgendwo oben oder Anni du kannst die Dinger die ich erschaffe mit meiner Fähigkeit nicht hinten das geht nicht du bist ungefähr zwei Minuten hä äh Projektion hergerannt hä lol was ist denn das für eine Fähigkeit man kann die auch das was beim Jäger ist ja gut ist es bei der Hexe das hab ich das gefeiert das hat dir die ganze Zeit hinterhergerannt das was die Kuh ja die Kuhfähigkeit lol okay so ich geh jetzt mal auf Jäger ja dann geh ich Hexe hey es gibt kein achso es gibt drei Jäger schon mhm wir sind schon vier Jäger hä okay was ist die Hexe also dann war drei Jäger ich bin jetzt Hexe gegangen ihr seid mir hinterher gelaufen ich hab mich einfach als Blumentopf auf dem Schrank versteckt ja das war so dumm und mich hat einfach keiner gesehen ich bin echt blind ich kenn die Map nicht ich kenn die Map nicht es gibt einfach sehr viele Sachen in diesem Spiel da muss man auf alles gucken ich kenn die Map auch nicht die Steuerung ist echt scheiße Nick Boni wenn du als Tricks verhandelt bist aaaah naaa ich kann ihn durch den Schiss schießen fuck 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 okay hier ist einer in der Nähe boah das geht niemals auf das Schwein also hier ist gerade was dann ist der Penner im Vorjahrung ey okay oh ich hab einen boah 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 ich kenn die Map nicht ich weiß ich kann mal noch raus ich weiß nicht ob du das was irgendjemand hat von euch kurz vorm Stadt gespielt guckst du hallo Teddy na was machst du denn hier Mönch easy Ani easy als wenn als wenn ey okay du kennst die Map wahrscheinlich ne nö kenn ich nicht echt nicht ne nö da bist du lucky mit dem Spot ey na klar Teddy Mensch wo warst du denn die finden dich niemals da oben was da oben oh sorry toll ah wieder so ein Geist hier ja die sind super ne nervig haben wir gut also muss er irgendwo sein wo er da hinkucken kann Martin niemals doch doch nein warte kannst du wenn das aufgeht achso wenn das aufgeht da bist du echt Das hätt sich aber schön an. Wie ist denn das bei dem Punkt? Wenn du auch so bezeichnet hast, dann ist da ein Gegner. Dann ist da einer oder was? Ja. Ach, scheiße. Ey, das war aber gar nicht so ein Speck, Alter. Ich hab da von Anfang an der Runde gelegen. Diese 30 waren wir vorbei gerade. Gute Scheiße. Boah, für den nächsten Mal weiß ich, also... Ich werde schon das nächste Versteck für mich hier. Er kauft Anis Merch. Oha. Kennst du eigentlich schon den neuen Merch? Klick mal auf den Merch, Teddy. Ich weiß gar nicht, ob du den schon kennst. Der ist... akzeptabel. Der Merch? Ja. Du brauchst eigentlich so einen Plepp-Pulli. Weil du bist auch so ein Plepp. Wäre ich? Ja. Ja. Ja, check mir ein. In 5XL, bitte. Okay, Deal. Genau in der Größe vom Plepp. Genau, in der Größe vom Plepp, genau. Also... ...ass vom DP-XL ist die 5. Das ist ziemlich klein geraten. Oh, Anni, haben wir dich? Ganz hier unten. Wo? Haben wir dich? Hallo, es gibt Keller? Ich komm mir grad nicht raus, scheiße. Seit wann gibt's hier einen Kipp? Bist du stuck? Nee. Oh wow, das mit dem oben war voll der Trigger, Mann. Der irgendwo hier unten war. Ja. Ich war die ganze Zeit oben, ich schieß alles an. Ah, hier aber auch so. Oh oh. Nein! Ich war die ganze Zeit oben. Oh, fies. Wie war der Knochen? Hat der Quaker echt funktioniert? Boah. Boah, das war richtig böse. Aber lustig. Du wirst gar nicht bezahlen, also brauchst du so auch nicht. Echt? So, für die nächste Map-Stimmen. So Leute, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.